Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern war es wieder soweit, die neuen Quartalszahlen von Nvidia wurden veröffentlicht. Die Erwartungshaltung war natürlich wie immer gigantisch und um es vorwegzunehmen, die Ergebnisse waren extrem gut und die Aktie geht jetzt eben gerade durch die Decke. Aber jetzt mal ganz langsam von vorne, schauen wir uns mal die Zahlen an. Schauen wir zunächst mal auf den Umsatz. Also der Umsatz ist im Gegensatz zum Vorjahr um 262% gestiegen. Das heißt, der Umsatz hat sich mehr als verdreifacht. Und das liegt natürlich vor allem an dem ganzen Thema Datacenter. Denn wir wissen ja, Nvidia war ja früher mal eine Gaming-Company, beziehungsweise eine Company, die eben Grafikkarten vor allem für Consumer hergestellt hat. Und dann gab es ja vor etwa 18 Monaten den großen Moment, den iPhone-Moment von künstlicher Intelligenz, nämlich den Release von ChatGPT. Und seitdem kann sich Nvidia kaum mehr retten, wenn es darum geht, dass eben die großen Big-Tech-Unternehmen Grafikkarten kaufen wollen und Supercomputer, um ihre KI-Modelle zu trainieren und natürlich auch die Modelle, die Berechnungen durchführen zu lassen. Das heißt, Training und Inference. Die Kunden von Nvidia, die lassen sich ja Stand heute an wenigen Händen abzählen. Die größten Kunden sind natürlich die Cloud-Service-Provider, wie jetzt zum Beispiel Microsoft, Amazon, Google, Meta und jetzt aber eben auch Companies wie Tesla. Und Tesla wurde eben auch ganz ausdrücklich erwähnt von Jensen Wang. Das heißt, Elon Musk ist ein ganz großer Fan von Nvidia-Hardware. Denn Elon Musk und Tesla, die wollen natürlich das ganze Thema Autonomous Driving, also selbstfahrende Autos, stärker nach vorne bringen. Und dafür braucht man natürlich künstliche Intelligenz. Dafür braucht man natürlich auch die GPUs von Nvidia, eben für Training und für Inference. Ich glaube, dass Jensen Wang bei der Präsentation so einen starken Fokus auch auf Tesla gelegt hat, weil er eben damit zeigt, wir sind nicht nur abhängig von einer Handvoll Kunden, also nicht nur von den Hyperscalern, nicht nur von den Cloud-Service-Providern, nicht nur von den ganz großen Tech-Companies, sondern auch andere Industrieplayer werden nach und nach eben auch KI-Chips brauchen. Jensen Wang teilt das ja so ein bisschen auf in unterschiedliche Wellen der KI-Adoption. Die erste Welle, ganz klar, Cloud-Service-Provider wie eben Microsoft und Amazon. Die zweite Welle, eben Software-Unternehmen wie zum Beispiel ein Salesforce, die eben Co-Pilots in ihre Software einbauen wollen. Die dritte Welle sind dann eben Industrieunternehmen, da würde dann so gesehen auch Tesla dazu gehören, andere Automobilunternehmen wie irgendwann BMW oder Mercedes, aber eben auch Pharma-Unternehmen, die auch immer mehr KI einsetzen. Und die vierte Welle werden dann eben Staaten oder eben auch Verbünde, Verbünde, wie jetzt zum Beispiel die Europäische Union, die natürlich auch über kurz oder lang ihre eigene KI-Infrastruktur aufbauen wollen. Das heißt, aktuell verdient Nvidia sich schon eine goldene Nase, nur mit einer Handvoll Hyperscalern. In Zukunft wird das Ganze aber noch stärker ausgeweitet werden. Und Tesla ist eben einer der ersten Player, bei denen man da eben schon sieht, dass die eben Milliarden für Nvidia-Hardware ausgeben. Ich habe ja gerade gesagt, dass sich der Umsatz mehr als verdreifacht hat. Viel spannender ist aber der Bereich des Data Centers. Und da hat sich der Umsatz mehr als verfünffacht. Denn das waren vor einem Jahr nämlich gerade mal 4,3 Milliarden knapp. Und jetzt sind es eben fast schon 23 Milliarden. Also unglaubliches Wachstum einfach. Das heißt, wenn man über Nvidia als Company nachdenkt und dann eben sieht Umsatzwachstum plus 262 Prozent, dann ist das sogar noch konservativ, weil das ja eben nur der Gesamtumsatz ist. Aber wir sehen ja, dass dieses Data Center Segment, also alles, was mit KI-Infrastruktur zu tun hat, ja noch viel dynamischer wächst. Absolut faszinierend aus meiner Sicht eben auch, wie sich die Umsatzanteile der unterschiedlichen Produktsparten in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir wissen ja, noch vor zwei Jahren war Gaming der größte Bereich bei Nvidia. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen von vor einem Jahr anschauen, da war der Bereich Data Center eben schon der stärkste Bereich bei Nvidia, aber nur mit einem Umsatzanteil von 59,6 Prozent. Und Gaming macht immerhin noch 31,1 Prozent aus. Wenn wir uns das Ganze heute mal anschauen, dann macht das Data Center eben schon 86,6 Prozent der Umsätze aus. Und Gaming macht eben nur noch 10,2 Prozent der Umsätze aus. Das ist halt total verrückt, denn wenn wir uns das Ganze einfach mal in die Zukunft projizieren, dann sind wir vielleicht schon in zwei, drei, vier Quartalen in der Situation, in der Data Center dann eben deutlich über 90 Prozent der Umsätze ausmachen wird. Und Gaming, was ja einfach mal das größte Standbein war, der Company, macht dann vielleicht nur noch drei Prozent der Umsätze aus. Und es liegt gar nicht daran unbedingt, dass Gaming kollabiert, wobei man sagen muss, dass der Bereich einfach nicht mehr so stark wächst. Aber der Gaming-Umsatz, der bleibt eben relativ konstant, wohingegen eben dieser neue Umsatz aus Data Center einfach total explodiert und sich ja eben innerhalb von einem Jahr verfünffacht hat. Und das finde ich einfach total faszinierend, wie eben eine Company eine Transition hinkriegen kann von Wir haben ein altes Geschäftsmodell, wir haben ein altes Produkt, da sind wir Weltklasse, nämlich Grafikkarten für Gamer und gleichzeitig bauen wir uns eben nebenbei noch ein zweites Standbein auf. Und dieses zweite Standbein macht am Anfang natürlich null Prozent der Umsätze aus, dann sind es vielleicht ein Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent. Und ehe man sich versieht, kann eben dieses Nebenprodukt, das man mal aufgebaut hat, einfach mal 85 Prozent der Umsätze ausmachen, was eben heute schon der Fall ist. Und ich glaube, das ist für uns alle total wichtig, immer zu überlegen, okay, was ist heute unser Produkt und mit welchem Produkt wollen wir in die Zukunft gehen. Und das kann ja bedeuten, wir sind ein Unternehmen und haben irgendwelche Produkte. Das kann auch sein, wir sind ein Unternehmen, das irgendwelche Dienstleistungen anbietet. Das können wir aber auch auf uns selber beziehen. Also vielleicht ist ja heute so, dass wir als Einzelpersonen irgendwelche Skills haben, dass wir irgendwelche Revenue Streams haben und sagen, okay, heute kommt mein Umsatz eigentlich nur aus diesem Bereich. Ich habe aber schon immer darüber nachgedacht, auch mal in andere Bereiche zu gehen. Und das klingt natürlich erstmal immer total scary zu sagen, ich fange mit einem neuen Bereich an, in dem ich vielleicht gar nicht stark bin, wo ich mir erstmal was aufbauen muss. Und das lohnt sich so gesehen auch überhaupt nicht, weil es eben nur 0% meiner Umsätze ausmacht. Und vielleicht sollte ich mich ja doch irgendwie auf mein altes Geschäft konzentrieren. Getreu nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber dann wissen wir ja, dass es ja immer neue Technologien gibt. Gerade wenn wir jetzt im Bereich Tech arbeiten, dann wissen wir ja, es gibt diesen Platform-Shift. Es gab den Platform-Shift von Offline zu Online, dann eben von Web zu Mobile und jetzt eben der Shift von Mobile zu Künstliche Intelligenz. Und dieser Shift ist ja einfach das Krasseste, was wir vielleicht jemals miterleben werden. Von daher auch ganz wichtig für jeden von uns, egal ob als Einzelperson oder als Unternehmen, wirklich genau zu überlegen, wie betrifft KI eigentlich unser Business, unsere Revenue-Streams? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Und wie können wir uns eben zukunftsfähig aufstellen? Und ich beobachte einfach, dass viel zu wenige Leute sich wirklich Gedanken darüber machen. Die operieren einfach immer noch genauso wie vor zwei Jahren. Okay, zum Teil kann man das verstehen, wenn man sagt, wir haben ganz viel Kerngeschäft, wir haben ganz viele operative Aufgaben, wir haben ganz viele Hausaufgaben, die wir täglich lösen müssen. Auf der anderen Seite ist es einfach so offensichtlich, dass KI extrem wichtig wird für uns alle. Und deshalb ist es nie zu spät. Aber spätestens heute sollte man mal damit anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich in Zukunft aufstellen möchte in dieser KI-Welt. Und eben nicht nur sich Gedanken zu machen, sondern auch sofort Dinge umzusetzen und eben sofort operativ zu sagen, okay, ich investiere jetzt in KI, entweder in meinem Business, in meinem Skillset oder auch als Investment, wenn es zum Beispiel um Aktien geht. Schauen wir uns als nächstes die Marge an. Die Marge bei Nvidia ist unglaublich. Die war vor einem Jahr bei 64,6 Prozent, was ja schon extrem stark war. Die lag im vergangenen Quartal bei 78,4 Prozent. Was meinen wir jetzt mit Marge? Also damit ist jetzt eben nicht die Gewinnmarge gemeint, sondern die Gross Margin. Das heißt, wie viel Marge verdient eben Nvidia, wenn sie ihre ganzen Chips oder Supercomputer weiterverkaufen, abzüglich ihres Wareneinsatzes. Und Wareneinsatz bedeutet ja vor allem Geld an TSMC. Denn wir wissen ja, Nvidia designt ja die ganzen Systeme, aber TSMC produziert die ganzen Chips. Wobei auch da, ganz wichtig, ist ja nicht so, dass Nvidia jetzt einfach nur Chips einkauft und wieder weiterverkauft mit einer hohen Marge, sondern die verkaufen ja komplette Systeme. Das heißt, wenn wir jetzt über diese großen Systeme sprechen, die Nvidia verkauft, diese KI-Supercomputer, diese KI-Fabriken, AI-Factories, dann geht es ja nicht nur darum, dass die jetzt Microsoft irgendwie so eine Kiste voller Chips hinstellen, sondern es ist ja ein ganzes System, ja. Und die Marge auf diese Systeme ist eben aktuell bei 78,4%, was gigantisch ist. Denn man würde ja denken, Mensch, die haben so hohe Margen, da muss doch der Wettbewerb reinkommen. Da muss doch ein AMD, ein Intel, ein anderer Player reinkommen und versuchen da einen Preisdruck auszuüben auf Nvidia. Und die Nvidia-Skeptiker, die sagen ja, das Ganze ist eine Commodity, das sind doch nur Chips. Da kann doch jederzeit jemand in den Markt reinkommen und Nvidia unterbieten. Und selbst wenn Nvidia weiterhin Marktführer bleibt, dann muss doch sicherlich die Marge runtergehen. Kann sein, dass es irgendwann mal passieren wird. Stand heute ist es überhaupt nicht der Fall. Man sieht einfach, Nvidia hat diese krasse Pricing-Power sowohl für die Chips der aktuellen Generation, nämlich die H100, als auch natürlich dann für die neuen Chips. Denn wir wissen ja, es gibt diese neue Generation an Blackwell-Chips, B100 und B200. Die werden einfach nochmal viel effizienter sein, nochmal viel teurer. Und Nvidia schafft es einfach, da die Marge zu halten. Das wird vielleicht nicht immer so sein. Vielleicht ist die Marge dann nur noch bei 75% oder vielleicht sogar 70%. Aber das, was die Skeptiker ja mal denken, ist, dass die Marge dann komplett aufgefressen wird durch den Wettbewerb. Und das ist eben Stand heute überhaupt nicht zu sehen. Und klar darf man nicht nur zu bullish sein. Man darf auch nicht die ganze Zeit nur mit rosafarbenen Gläsern auf Nvidia gucken, wenn man da jetzt Aktionär ist. Aber gleichzeitig darf man eben auch nicht alle Narrative glauben, die da so in der Presse stehen. Von wegen, ja, das ist eine Commodity und da kann jederzeit der Wettbewerb reinkommen. Ist einfach nicht so. Nvidia hat heute noch einen riesigen Vorsprung gegenüber AMD. Das wird auch noch mal eine Zeit lang so bleiben. Klar, kann es irgendwann sein, dass Microsoft und Google und Meta ihre eigenen Chips bauen. Aber wenn, dann werden die vermutlich ihre eigenen Chips bauen, um die selber zu nutzen. Wäre natürlich ein Problem für Nvidia, weil dann natürlich ein wichtiger Kunde wegfallen würde. Aber es ist jetzt nicht so, dass Google jetzt morgen Chips auf den Markt bringt und die jetzt irgendwie an Meta verkauft, die an Salesforce verkauft, die an Microsoft verkauft. Es kann sein, dass ein Microsoft oder ein Google eben ein Stück weit das Ganze insourcen, wenn sie es denn schaffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Microsoft auf einmal morgen Wettbewerber von Nvidia ist und plötzlich an die ganze Welt Chips verkauft. Also das wird einfach nicht passieren. Schauen wir uns als nächstes das Net Income an, also den Gewinn. Und der ist sogar noch stärker gestiegen als der Umsatz. Denn das Net Income hat sich versiebenfacht im letzten Jahr. Jetzt überlegt man sich, okay, wie kann es eigentlich sein? Wie kann es sein, dass der Gewinn sich nur verdreieinhalbfacht hat und das Net Income sich jetzt aber versiebenfacht hat? Das liegt einfach daran, dass das Geschäft brutal skaliert. Denn die Frage ist ja, wenn jetzt eben die Umsätze so stark ansteigen, wie stark wachsen eigentlich die Kosten an? Und bei Nvidia ist es eben so, dass die einfach nur eine Handvoll Kunden haben. Das heißt, wenn die jetzt eben den Umsatz verdoppeln, ist es jetzt nicht so, dass die jetzt doppelt so viel an Forschung aufwenden müssen. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt doppelt so hohe Kosten haben an einer Sales Force oder an Marketing. Denn die haben ja ihre Kunden wie einen Meta, wie einen Microsoft. Und wenn der Mark Zuckerberg jetzt eben sagt, okay, ich brauche ein paar hunderttausend GPUs, dann ist es jetzt nicht so, dass jetzt die Kosten von Nvidia proportional ansteigen, sondern da ruft der Mark eben dann beim Jensen Wang an und sagt, hey, ich brauche diese Chips und dann werden die eben rübergeschickt. Okay, vielleicht nicht ganz so einfach, aber Stand heute ist es einfach ein Riesenvorteil, dass die Kundenbasis von Nvidia relativ klein ist, diese Kunden aber unfassbar viel Geld haben, eine unendliche Nachfrage an Chips und damit skaliert das Geschäft extrem. Das beinhaltet natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko. Also kann natürlich sein, dass wenn jetzt ein Kunde theoretisch wegbrechen würde morgen, dass dann erstmal 20% des Umsatzes verloren gehen. Ganz klar, das ist ein Risiko, aber gleichzeitig ist es so, dass es eben auch dazu beiträgt, dass die Firma unglaublich profitabel ist und unglaublich stark skaliert. Und auch da wieder die Narrative. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, Nvidia, glaube ich nicht dran, ist das nicht wie der neue Markt vor 20 Jahren in Deutschland. Und ich habe das Argument schon so oft gehört und dazu fällt mir überhaupt nichts mehr ein, denn hier ist eine Firma, die die drittgrößte Company der Welt ist, die sich dumm und dämlich verdient, die einfach steht für diesen ganzen KI-Boom und das wird dann eben verglichen mit irgendwelchen Wald- und Wiesenagenturen vor 20 Jahren in Deutschland, die am neuen Markt irgendwie an die Börse gegangen sind, die halt kein Geschäftsmodell hatten. Und das finde ich halt immer unglaublich, dass auch extrem smarte Leute, Leute mit einem Wirtschaftshintergrund, Leute mit einem BWL-Studium, Leute mit einer Promotion, dann nicht einfach mal in die Zahlen reingucken können, um zu sehen, hey, das ist ja ein super Business oder vielleicht auch sagen, hey, das ist kein super Business, aber einfach nur dieses Narrativ von wegen, okay, stark wachsende Tech-Company mit einer hohen Bewertung, das muss ja eine Bubble sein. Das muss ja so sein, wie die Wald- und Wiesenagentur vor 20 Jahren. Also für mich vollkommen unverständlich. Und das zeigt aber aus meiner Sicht immer noch, wie missverstanden vielleicht Nvidia immer noch ist. Denn obwohl Nvidia ja jetzt die drittgrößte Company der Welt ist und vielleicht auch die meist getradete Aktie der Welt, gibt es eben immer noch Leute, die das Ganze überhaupt nicht verstehen. Und aus meiner Sicht zeigt es einfach nur, dass das Potenzial noch riesig ist und dass es eben ganz viele Retail-Anleger gibt und eben auch Funds, die entweder noch gar nicht in Nvidia investiert sind oder eben minimal. Ich habe auch letztens auf YouTube so einen Typen gehört, so einen Analysten von so einem Fund und da meinte er so, ja, wir sind in Nvidia investiert und das ist 1% unserer Holdings. Dann denke ich mir, ja, okay, 1%. Ich kann nämlich schon verstehen, dass man da so ein bisschen diversifizieren muss, aber 1%, okay, was macht der Fundmanager eigentlich? Denn dieser Fundmanager, der nur 1% seines Funds in Nvidia allokiert hat, der sagt mir ja, er findet für seine anderen 99% seiner Assets bessere Investmentmöglichkeiten als Nvidia. Also herzlichen Glückwunsch, wenn er das tatsächlich findet. Die Wahrheit ist einfach nur, dass die meisten da einfach noch unterinvestiert sind, weil sie einfach dieses ganze Thema KI noch nicht richtig verstanden haben. Als nächstes schauen wir uns an, wie sich die Aktie entwickelt hat. Und zwar kamen die Earnings ja gestern am Donnerstag etwa um 22.30 Uhr raus und direkt danach ist der Kurs halt sofort in Höhe gegangen. Gestern ist die Aktie ja gestartet mit etwa 950 Dollar und wir wissen ja, Nvidia hat in den letzten Wochen und Monaten immer mal an dieser 900.000 Dollar Marke gekratzt, ist dann aber sogar vor 5 Wochen mal auf 760 zurückgefallen. Also 760 war eine super Kaufopportunity, eben für Leute, die sich getraut haben, da den Dip zu kaufen. Jetzt ist es gerade Nachmittag, die Aktie steht bei 1044 Dollar. Das bedeutet, die 1000 Dollar Grenze wurde eben locker geknackt. Die aktuelle Market Cap von Nvidia liegt bei über 2,5 Billionen Dollar. Das heißt, Stand heute ist Nvidia mehr als doppelt so viel wert, wie zum Beispiel Meta und liegt nur noch etwa 10, 12 Prozent hinter Apple zurück und könnte, wenn es so weitergeht, Apple schon bald als zweitwertvollste Company der Welt überholen und vielleicht sogar auch bald Microsoft überholen als wertvollste Company der Welt. Das heißt, die Aktie hat jetzt eben seit gestern so knappe 9 bis 10 Prozent zugelegt. Wie sieht das ganze Year-to-Date aus? Also im Jahr 2024 ist die Aktie bislang 112 Prozent im Plus, was einfach total crazy ist. Also die Aktie hat sich einfach mal verdoppelt in noch nicht mal fünf Monaten. Und wenn wir das Ganze mal benchmarken mit anderen Companies, also Microsoft ist in den letzten fünf Monaten etwa 15 Prozent im Plus. Ich glaube, der Nasdaq und der S&P auch so ungefähr 15 Prozent im Plus. Google und Amazon etwa 25 Prozent im Plus. Ich glaube, Meta so 35 Prozent im Plus. Das heißt, Nvidia einfach mit Abstand der beste Performer, selbst unter den sogenannten Magnificent Six, also den großen Tech-Playern. Und wenn wir jetzt mal die letzten zwölf Monate betrachten, da hat sich die Aktie halt einfach mal mehr als verdreifacht. Und seit dem Launch von Tech-PT hat sich die Aktie mehr als verachtfacht. Das heißt, damals eben im Oktober von 2022, ich glaube, da war die Aktie irgendwo bei 150 Dollar oder so. Und seitdem hat sich einfach mal verachtfacht auf jetzt eben 1044 Dollar. So, das war die Analyse der Nvidia Earnings. Wie immer natürlich kein Financial Advice. Ihr wisst ja, Disclaimer, ich bin selbst relativ stark in Nvidia investiert. Deshalb bin ich natürlich auch ein Fan. Deshalb bin ich da vielleicht auch ein bisschen biased. Aber ganz wichtig ist einfach immer, schaut euch selbst die Zahlen an. Die Earnings, die liegen ja vor. Man kann einfach auf die Nvidia-Seite gehen unter Investor Relations und da kann man sich alle Zahlen anschauen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mir die letzten 10 Quartalsberichte runtergeladen, habe mir mein eigenes Modell gebaut, um eben auch das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Vor allem eben auch, wie verändern sich die Zahlen? Wie ist die Zusammensetzung der Umsätze? Was ich ja vorhin erwähnt habe, Data Center versus Gaming. Wie stark entwickeln sich auch die Margen? Was ist eben auch die Guidance, also die Prognose für das nächste Quartal? Und was wir ja gesehen haben, ist, dass in den letzten Quartalen Nvidia die Guidance immer übertroffen hat. Das heißt, die managen gerade die Expectations der Wall Street extrem gut. Kann natürlich auch sein, dass es im nächsten Quartal nicht so gut laufen wird. Kann auch sein, dass die Erwartungen noch größer werden, dass Nvidia vielleicht ein schwaches Quartal hat. Kann sein, dass sie die Erwartungen, die Guidance eben nicht übertreffen werden, sondern sogar unterbieten werden. Und dann kann es natürlich sein, dass die Aktie dann eben 20% crasht an einem einzigen Tag. Das kann eben total sein. Und jeder muss sich natürlich überlegen, ob und wie viel er in Nvidia investieren möchte. Ich habe ja mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, wie viele Leute in Nvidia investiert haben. Ist natürlich nicht repräsentativ, aber vielleicht ganz spannend für euch als kleine Indikation. Also in meiner Community haben nur 52% in Nvidia investiert, 48% eben nicht. Dann habe ich gefragt, welchen Anteil an deinem Portfolio nimmt Nvidia jetzt ein. Und das bedeutet ja, wie viel hat man investiert, aber eben auch durch die starke Wertsteigerung, wie viel Prozent eures Portfolios macht Nvidia jetzt eben aus. Und bei den meisten macht es eben unter 10% aus. Bei 40% der Leute macht es aber schon zwischen 10 und 30% aus. Bei 11% der Leute macht es sogar schon zwischen 30 und 50% aus. Und bei 8% der Leute macht Nvidia sogar schon über 50% aus. Und das ist natürlich schon sehr konzentriert. Man kann sagen, es ist ein großes Risiko. über 10% seines Portfolios in einer Aktie zu haben. Es gibt ja sogar Leute, die aktiv dann eben ihre Exposure reduzieren, auch wenn sie total an die Firma glauben. Die sagen einfach, ich möchte nicht 10%, 30% oder 50% meines Portfolios in einer Aktie haben. Und die anderen, die sagen einfach, hey, ich bin total überzeugt davon und konzentriere einfach meine Wette relativ stark. Und selbst so ein Warren Buffett, der ja eigentlich als eher konservativ gilt, der sagt ja auch immer, dass er sehr stark auf seine Gewinner setzt und dementsprechend auch nichts dagegen hat, eine starke Konzentration zu haben. Und ich glaube, ein Riesenanteil des Berkshire Hathaway Portfolios besteht ja auch einfach nur aus Apple, weil er eben da sehr viel investiert hat. Apple dann in den letzten Jahren extrem stark gestiegen ist und er eben seinen Bestand da jetzt auch nicht so stark reduziert hat. Dann habe ich noch gefragt, wie sieht eure weitere Strategie aus? Werdet ihr Nvidia weiterhin kaufen, verkaufen oder halten? Da haben gesagt, 25% werden weiter kaufen, 56% werden erstmal halten und 19%, die wollen auch verkaufen, weil die vielleicht sagen, okay, das Ganze ist vielleicht schon too good to be true oder vielleicht will man einfach auch nur Gewinne mitnehmen. Ich glaube, alles total legitim. 25% wollen eben weiter kaufen, 56% wollen halten und 19% wollen verkaufen. Dann gab es auch noch Fragen auf Instagram, nämlich, wann wird das quasi Monopol von Nvidia beendet sein? Wie gesagt, ich glaube, das wird noch ziemlich lange dauern, bis jetzt eben AMD, da wirklich konkurrenzfähig wird und wirklich spürbar Marktanteile gewinnen wird und es wird auch eine ganze Weile dauern, bis eben Meta oder Google oder Microsoft eben in einem großen Umfang ihre eigenen Chips einsetzen. Also ich glaube, dieser Marktanteil von Nvidia von über 90%, der wird noch eine ziemliche Zeit anhalten. Vielleicht sind es in ein paar Jahren nur noch 80%, aber ich denke, die werden weiterhin eine dominante Position haben, vor allem eben jetzt auch mit dieser neuen Generation von Blackwell, denn es kann ja sein, dass AMD irgendwann mal aufschließt, aber die werden dann ja eben erst mal aufschließen müssen zu der alten Generation, eben zu den H100 Chips und jetzt gibt es eben die Blackwell Chips und wie gesagt, das sind ja nicht einfach nur Chips, sondern komplette Systeme und die muss der AMD auch erst mal bauen können und sich am Markt behaupten. Dann gab es noch eine weitere Frage, was sagt der Geschäftsbericht, wie lange wird der Fokus noch auf den AI Grafikkarten liegen, also auf diesen GPUs? Wie gesagt, Nvidia verkauft ja nicht nur die GPUs, sondern eben diese kompletten Systeme und darüber hinaus werden sie dann eben auch noch in Zukunft Cloud-Dienstleistungen anbieten. Also es gibt ja diese DGX Cloud, das heißt, die werden zum Teil eben auch Leistungen anbieten, die Stand heute ein Microsoft oder ein Amazon anbietet über ihre Cloud-Services. Das heißt, Nvidia hat zum Ziel eben nicht nur Hardware zu verkaufen, sondern eben irgendwann auch noch Services, eben auch noch Software, auch noch Cloud-Services und das wird natürlich nochmal extrem spannend sein, weil das tendenziell vielleicht sogar noch höhere Margen hat, obwohl, wenn man sich heute die Hardware-Margen von 78% schon anschaut, dann kann man eigentlich kaum glauben, dass es eben noch besser werden kann. Aber als Antwort auf die Frage, Nvidia möchte eben nicht nur Grafikchips verkaufen, machen sie heute schon nichts, sondern eben sie verkaufen AI-Factories und Lösungen, zu denen in Zukunft dann eben auch noch Services gehören werden. So, das war unsere heutige Folge zu den Nvidia Earnings. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst auf dem YouTube-Video, wenn ihr den Channel abonniert, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich meinen Channel auch an eure Freunde weiterempfehlt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.